So, hallo meine Lieben, Sascha trommelt ein bisschen rum. Herzlich willkommen zum LabCon, zu die Podcast-Folge 37, glaube ich. Und ja, wir sind ein bisschen spät dran. Wir wollten uns ja vor dem Derby noch einmal melden. Sascha, dürft gerne auch Hallo sagen. Hallo. Hallo. Und ja, auf jeden Fall wollten wir jetzt einen Tag vor dem Derby noch einmal ein bisschen was raushauen zumindest. Ja, es ist halt auch, es ist, also ist dir, glaube ich, auch schon aufgefallen, ne? Auch jetzt seit Discord und jeder kann von zu Hause und so. Einfacher geworden ist es trotzdem nicht wirklich. Naja, man hat ja immer was zu tun irgendwie und ist immer on the road. Es ist, als würden wir bei Hornbach arbeiten. Es gibt immer was zu tun, ne? Nix ist hier. Ohne Ehe. Ohne Schleichwerbung machen zu wollen, nee. Aber ja, jetzt sind wir nochmal da und werden, ja, wir sagen immer, es gibt gar nicht so viel und dann reden wir wieder eine Stunde, aber ja, es ist ja auch ein besonderes Spiel. Es ist Derby, das 271., wenn ich mich nicht täusche. Richtig. Okay, Gott sei Dank, habe ich, kann ich mir mal kurz selber auf die Schulter klopfen. Habe ich gut aufgepasst in der Pressekonferenz und es ist ja laut unserem Trainer ist ja Stadtderby, ne? Naja, das ist eigentlich. Ja, einerseits habe ich mir gedacht, legt man es jetzt so auf die Goldwaage, andererseits ist es schon irgendwie unglücklich ausgedrückt, sage ich jetzt mal. Ich habe es mir dann irgendwie so erklärt, so nach dem Motto, ja, ich denke, er weiß schon, dass Nürnberg und die Westvorstadt, übrigens, ne? Ja, nur, nur ganz kurz vom Rande, ne? Ich habe mir dieses Club-Couch-Dings da mit dem Can Usun angeguckt, ne? Ich weiß nicht, ob du das auch auf dem Club-TV-Sender öfter mal anguckst. Und auf jeden Fall wurde dann auch von der Moderatorin immer von der Westvorstadt gesprochen. Findest du das gut? Ich weiß, ist das jetzt wieder vielleicht ein bisschen Korinth und Kakerai oder vielleicht sind wir da zu, äh, sei doch mal nicht so oder bla, aber ist das gut, wenn das vom Verein ausgeht? Also es ist ja quasi vom Verein, vom YouTube-Kanal. Ich finde es schwierig, aber grundsätzlich finde ich es eigentlich ziemlich geil, weil sie halt auch die Rivalität damit weiter anschühen. Ja, natürlich. Ich meine, mir ist es ja im Grunde genommen eigentlich wurscht. Es kommt halt auch immer darauf an, in dem Kontext, dass es ist, weil wenn das zum Beispiel der Gretlein macht oder wie er es auch mal gemacht hat, ne? Wo dann auch so nach dem Motto, da hauen wir die Westvorstadt weg. Ich meine, auch als Vorstand, schwierig, ne? Aber wenn die das auf ihrem YouTube-Kanal machen, sage ich mir, okay, alles klar. Das kann dir natürlich auch sehr, sehr schnell um die Ohren fliegen. Aber nichtsdestotrotz, wollen wir nur mal kurz angeschnitten haben. Ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber ich denke, dass Fjell schon weiß, dass es zwei Städte sind, also Nürnberg und die Westvorstadt. Wenn man es jetzt so in dem Kontext wieder sieht, muss man natürlich auch sagen, dann wäre es ja normalerweise eine Stadt, weil eine Vorstadt gehört ja zur Stadt. Ne? Eigentlich, ne? Suburbs. Suburbs. Die Suburbs. Aber ja gut, wenn man es so sieht, dann schon. Aber ich denke schon, dass er weiß, dass es zwei Städte sind. Ich denke halt einfach mal, dass er das auch so sieht, dass halt, weil die Städte sind ja über die Jahrzehnte und Jahrhunderte ja auch zusammengewachsen. Dass er das vielleicht deswegen so geäußert hat, auf jeden Fall halten wir fest. Oder zumindest für mich war das doch sehr unglücklich. Es war sehr, sehr, sehr unglücklich ausgedrückt. Aber ich drehe ihm jetzt mal keinen Strick draus. Aber irgendwie, weißt du schon, ich meine, grundsätzlich, was so auf einer Pressekonferenz gesagt wird, das ist ja, also ich meine, wir zwei, ne? Wir schauen so lang Fußball und haben so viele Pressekonferenzen, sowohl vor, nach Spielen, bei Trainerentlassungen, bei Trainerneueinstellungen, bei was weiß ich was gesehen. Also du weißt im Grunde genommen schon immer vorher, was gesagt wird. Und, ne, dass es mal so eine Trapattoni-Pressekonferenz gibt, das ist ja mal die absolute Ausnahme. Oder dass es so ein Interview gibt wie Weißbier, Waldi und Rudi Völler oder so, ne? Also das sind ja mal die absoluten Ausnahmen. Aber im Grunde genommen weißt du ja vorher schon immer, was so gesagt wird. Und dann weißt du ja auch, was beim Derby gesagt wird. Oder dass auch Fjell da natürlich die richtigen Worte führt und sagt, okay, das ist ein anderes Spiel, aber es geht trotzdem nur um drei Punkte, bla, 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 bla. Und tatsächlich, ne, ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt und das Einzige, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, das ist die Geschichte mit dem, mit, das ist ja, das Stadtderby, das ist ja, ja, wir reden hier von zwei Vereinen aus einer Stadt. Das ist das Einzige, was mir hängen geblieben ist. Ja, bin ich aber ganz bei dir, also, das sind halt einfach Sachen, da redest du wahrscheinlich in fünf Jahren auch drüber. Und damals hat er gesagt, gell? Ja, ja, und dann kommen wieder die Tipps in der Nordbayerischen von den Promis, wo man die Hälfte nicht kennt und die dann ihren Tipp zum Derby abgeben. Und obwohl ich da tatsächlich noch gar nicht wirklich viel gelesen und verfolgt habe jetzt die Woche, aber wir sind ja in die Woche gestartet, also bis auf unsere gesperrten Spieler mit niemand, der angeschlagen oder verletzt ist. Und sogar Marquez ist ja wieder zurück und er wird ja auch davon ausgegangen, dass er von Anfang an spielt, weil Gurleyen ist ja gesperrt. Ja, wo wir uns eigentlich alle noch Sorgen gemacht haben, dass er vielleicht bis zur Winterpause verletzt ist und nicht spielen kann und jetzt auf einmal ist er so schnell wieder da, also Wunderheilung, keine Ahnung. Ich würde es mir wünschen, die ersten, ich weiß nicht, was es damals noch waren, 15 Minuten, glaube ich. Nee, 30 waren es, glaube ich. Oder 30, die haben ja eigentlich relativ viel Hoffnung gemacht. Kannst du sie zeigen? Ja, nee, also ich gehe schon davon aus, dass er von Beginn an spielt, also er lässt ja, oder was zumindest in der Zeitung mit den vier Buchstaben stand, dass er sogar Familie und Freunde einfliegen lässt, weil das ist ja quasi wie ein Endspiel. Und ja, also ich gehe schon davon aus, dass er spielt und wir sind ja laut Pressesprecher Christian Böhnig, Grüße gehen raus, sind wir ja ausverkauft. Ja, also aber ausverkauft mit, ich glaube 47.000, weil die 3.000, die da nicht besetzt sind, als Pufferzonen irgendwie da sind irgendwie, dass das so gemanagt wird. Tatsächlich hat mir das der Jay vorhin erzählt, dass zwischen den Auswärtsfans und den HM-Fans da irgendwie so Block freigelassen wird. Ja, nee, dass das halt so quasi als Pufferzone dann da ist und ja, dass es deswegen keine 50.000 sind, aber ja, Freitagabend, 18.30 Flutlicht, ausverkauftes Haus. Auch immer wieder geil. Das Einzige, was immer nicht so geil ist, so rum, ist natürlich dann der Einlass und die Parkplatzsituation, aber okay. Da ist der Klub halt nach den vielen Jahren, wo es mal wieder voll ist, so ein bisschen überfordert, aber das kennt man ja auch nicht anders. Aber wie ist denn so im Allgemeinen jetzt deine Stimmung zum Derby hin? Also ich muss sagen, nur ganz kurz, damit ich es gesagt habe, die Woche über, ich habe zwar immer mal wieder dran gedacht, weil es halt immer wieder aufploppt so und dann, oh, Freitag ist Derby, oh, Freitag ist Derby. Aber bis heute und ich denke mal, morgen geht es dann erst richtig los, war ich noch nicht so in dem, oh, das ist Derby, weißt du ja? Äh, ja, bin ich tatsächlich ganz bei dir, ähm, hast immer mal wieder dieses, oh ja, Freitag, ja, und dann machst du aber das Zeug weiter und dann kommt aber irgendwo der Jay wieder ums Eck. Ey, Papa, ich bin so aufgeregt, Alter, es ist Derby! So, okay, äh, und bist du schon aufgeregt? Ja, gerade irgendwie halt noch nicht, Mann. Das ist dieser jugendliche Enthusiasmus. Ja, ja, voll, und der ist ja auch, der hat irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe noch mit, mit, äh, drin für die Ultras, keine Ahnung, Clubfreunde, was weiß ich, und da geht es anscheinend wild hin und her, ähm, also so wirklich stimmungsmäßig denke ich auch, morgen. Ich weiß, normalerweise ist es dann so, morgen früh aufstehen oder so, ja, heute wird es sein. Ja, ähm, ich denke auch, dass das bei mir dann morgen so richtig, richtig einsetzen wird, weil es ist Freitag, es ist Wochenende, du arbeitest sowieso, also in meinem Fall, äh, nur sechs Stunden, dann geht's heim und dann bist du schon so, weil du musst ja eigentlich dann auch gleichzeitig wieder los, weil, äh, ja, wie die angesprochene Park, wir hatten ja vorhin im Off noch drüber, die angesprochene, äh, Parkplatzsituation und so weiter. Und, ähm, ja, also ich denke auch, dass das bei mir... Zugfahren brauchst du nicht. Zugfahren kannst du sparen. Und, ja, das ist, äh, ja, keine Ahnung, also ich denke, bei mir wird es dann morgen auch so richtig losgehen und so richtig einsetzen und, komischerweise, und es kann mir jetzt vielleicht im Nachgang, äh, wieder ein bisschen, äh, um die Ohren fliegen, ich bin tatsächlich sehr zuversichtlich, was das angeht. Ich war, ähm, am Dienstag bei der Einschulung meines Patenkindes und da war ja unter anderem auch einer ihrer Opas da und einer ihrer Opas, der aus Zirndorf kommt, ist tatsächlich auch Fan dieses anderen Stadtvereins und, ähm, wir unterhalten uns halt dann auch immer drüber, also, ne, und es ist ja, es ist ja quasi Verwandtschaft und, ähm, die sucht man sich ja nicht aus, aber, nee, Quatsch, aber, Grüße, auf jeden Fall, ähm, hat er dann auch, er hat, er hat, also, als das Gespräch losging, ne, sah er mich nur so an und dann hat er so gesagt, also ich glaube, am Freitag habt ihr gute Karten. Ähm, wenn er das schon sagt, denke ich mir auch so, okay, ähm, aber ich bin tatsächlich, was das angeht, zuversichtlich. Warum hat er das gesagt? Warum vermutet er das? Ja, weil, ähm, ich denke halt, dass er, also ich meine, wir haben ja die jetzt nicht so auf dem Schirm. Natürlich guckst du mal, wie ist da das Spiel ausgegangen oder so, aber du weißt nicht, du schaust dir die Spiele nicht, du weißt nicht, wie sind sie drauf, wie spielen sie, bla und so weiter, ne. Also, wir wissen ja alle noch diesen Saisonstart mit dem 5 zu 0 gegen Paderborn und die Spiele danach waren ja alle schon nicht mehr so und, ja, ich weiß nicht, gab's, gab's erstes Auswärtsspiel in Berlin und dann ein Heimspiel gegen, ja, es müsste so rum gewesen sein, haben sie doch 5, oder hatten die 2 Auswärtsspiele, nee, egal, auf jeden Fall. Äh, sie haben ja 5 zu 0 verloren gegen, 5 zu 0 verloren in Berlin, wo Hertha sich da irgendwie auch ein wenig so in einen Rausch gespielt, geschossen hat, wie auch immer, wo sie da untergegangen sind und dann haben sie ja noch gegen Hannover zu Hause verloren. Ja, genau, weil jetzt haben sie ja quasi ein Auswärtsspiel und das muss, äh, vor allem nach dem Berlin-Spiel, ihr könnt mich ja gerne Lügen strafen, ich weiß es nicht, weil ich beschäftige mich tatsächlich auch nicht wirklich mit der Westforsstadt, nochmal, äh, muss, äh, absolut schrecklich gewesen sein, zumindest ist es mir von 2 Seiten so geschildert worden und dementsprechend, ähm, weil es auch auswärts dahingehend noch nicht so wirklich funktioniert, hat er gemeint, äh, dass wir da sehr gute Karten haben, da die Punkte in Nürnberg zu belassen. Okay, naja, gut, äh, ich weiß nicht, ich hab, ähm, alter Statistikfuchs, ich hab natürlich mal wieder die Statistik herangezogen, ähm. Die, die ja immer noch eindeutig für uns spricht, bloß halt nicht auf die letzten Jahre gesehen. Ja, äh, ja, spricht tatsächlich eindeutig für uns, aber, ja, wenn du jetzt allein die letzten 10 Spiele hernimmst, dann ist es halt mit 6 Niederlagen und ich glaub einem oder 2 Unentschieden dann halt nicht so der Hit. Ähm, und, ich mein, du warst da selber das letzte Mal, als wir, äh, das Heimspiel hatten und gewonnen haben, da haben wir beide in Ukraine, äh, und dann verlierst du wieder in der Westforsstadt und, äh, ich weiß nicht, ich hab immer ein total ungutes Gefühl, wenn wir gegen dich spielen. Hm, ja gut, weil, äh, jetzt können wir natürlich wieder die Phrasen rausholen, äh, Derby, ähnlich wie ein Pokalspiel, kannst du nicht wirklich was sagen, wer der Favorit ist, bla 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 bla, es geht nicht. Geht ja trotzdem nur um drei Punkte, bla bla bla, ähm, Derby können wir eigentlich nicht. Können wir eigentlich nicht, ähm, man muss halt, also ich weiß es nicht, deswegen hab ich vielleicht auch so ein gutes Gefühl, wir haben im Team tatsächlich jetzt halt auch immer wieder Mentalitätsspieler, denen der Verein auch wichtig ist, die dann auch auf dem Platz stehen. Ähm, so jemand wie, wie Marquez, wie, wie, ähm, ähm, na sag's mir, äh, Horn, äh, und so weiter und so fort, ne, also nur mal um, um zwei vielleicht hervorzuheben davon. Und, ich mein jetzt nicht nur Mentalität, was Derby und Klub angeht, sondern halt auch, wie sie aufgetreten sind, siehe die letzten Spiele, auch gegen Hannover, dass du da wieder zurückkommst, wo wir es dann auch gesagt haben, gegen, gegen Kaiserslautern, dass du da trotzdem immer das Gefühl hattest, da ist noch was drin und so, ne, also, dass da halt eine Mannschaft auflaufen wird, die da richtig Bock drauf hat, die weiß, worum es geht und die auch wenn es vielleicht blöd laufen könnte, dass du in den Rückstand gerätst oder so nicht aufsteckt halt, ne? Also das, das macht halt Hoffnung. Ja, ähm, ich muss mal kurz klicken, genau, im BR24 Interview war es, da hat ja Fjell auch gesagt, dass die Jungen Bock haben zu kicken. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast oder ob das insgesamt was war. Ich mein, letztes Spiel gegen Laudan war man ja auch statistisch gesehen besser. Wir spielen, auch wenn wir verlieren, gute Spiele. Das ist ja das, was wir jetzt die letzte Zeit auch gesagt haben. So dieses, ey, auch wenn du verlierst, gehst du dann nicht raus, so mit diesem, oh mein Gott, die Welt geht unter, sondern eher so mit diesem, da ist irgendwas. Ja, was bei uns einmal gerne ein, zwei Stunden dauert, weil wir halt dann trotzdem enttäuscht sind, aber wir, wir sehen es dann schon auch, dass es, dass es gut war. Und dementsprechend verstehe ich auch, dass man da ein gutes Gefühl haben kann. Aber dann, ich glaube, der Herr Fadi, Keblavi hat es, glaube ich, gesagt, was war zuerst da, der fränkische Pessimismus oder der Klub? Ja. Da kommt es halt dann wieder. Also ich bin, ich wäre lieber auf der Seite von dir, ja, das könnte was werden, als auf meiner Schauerball. Ja, ja, ich, ja natürlich, also wir sind ja nach wie vor der Klub und ich kann das auch, ich kann das auch voll nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, also ich gehe schon morgen mit einem, mit einem guten Gefühl in dieses Stadion, in dieses Spiel. Und der Einzige, und das hat, glaube ich, auch Christian Fjell hervorgehoben auf der PK, und was ich mich noch erinnere an diesen Namen, dass er halt Rigota lobt über den Klee. Ich meine, das ist auch wahrscheinlich ihr, ihr bester Mann. Und vor dem sollte man schon, also da sollte man schon aufpassen. Aber ich glaube trotzdem, und auch, dass, wir haben ja auch noch das Thema Martenia fehlt und dafür ist Klaus im Tor. Weiß ich nicht. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, das ist natürlich auch noch ein Faktor. Es ist halt immer die Geschichte, manche sagen, hey, Paddy Kalle, stehe ich voll dahinter, finde ich, finde ich klasse. Ich, ich, ich mag ihn ja auch, so ist es nicht. Seine, seine Geste damals, den Fans gegenüber, hätte er sich sparen können, die nehme ich ihm immer noch ein bisschen übel, weil halt sein, sein, also, mit seinem Rumgeschwanze hin und so weiter, wissen wir ja alle, ne. Er ist fußballerisch besser als Martenia, das ist ja schon mal nicht schlecht, auch wenn er, wenn er manchmal echt sehr, sehr aufreizend lange den Ball hält und, äh, in der Hinsicht halt auch einmal für das eine oder andere Böckchen gut ist, siehe Magdeburg und so, wo es dann, äh, nicht in die Hose gegangen ist, zum Glück, aber, mache ich mir jetzt große Sorgen wegen Karl Klaus im Tor, eigentlich nicht. Ich meine, er ist ja auch schon lange noch dabei, also für ihn ist der Derby jetzt auch nicht unbedingt, äh, ich hatte, 0815-Spiel, ne, also, ich denke, das werden auch die, ich meine, das haben sowieso die ganzen Spieler im Kopf, dass das Derby kein 0815-Ding ist, da wird auch ein Herr Martenia und ein Herr Valentini und Geis und wie sie alle heißen, ähm, einwirken, schon einwirken und dafür sorgen, dass sie das auch verstehen. Ähm, ich meine, der Johannes hat es ja auf beiden Seiten schon erlebt. Und er hat sogar schon eins entschieden. Mhm. Ne, also, äh, aber was, ganz kurz, was Klaus angeht, ne, wurde ja gefragt, hier im Interview mit der Zeitung und den vier Buchstaben, wie speziell ist das Franken-Derby für sie? Und hat er gesagt, ich freue mich schon sehr darauf, ich bin jetzt in meinem dritten Jahr hier und natürlich auch Fußballromantiker, ich mag laute Stadien sehr gerne und liebe es, wenn es um etwas geht, wenn eine mögliche Niederlage sehr wehtun würde und wenn ein Sieg dafür umso süßer schmeckt, das macht schon noch etwas mit einem. Ich glaube, jeder Spieler würde bei diesem Derby gerne auflaufen, viel mehr gibt es da in Deutschland ja auch nicht. Ja, ich meine, grundsätzlich hat er nicht unbedingt Unrecht. Er hat nicht wirklich unbedingt Unrecht, weil, ähm, natürlich ist, sowas wie Schalke Dortmund halt einfach auch, äh, von der Kategorie größer, aber, ja, Nürnberg-Fürth, wir wissen es alle, äh, das älteste Derby und das meistgespielte Derby in Deutschland, bekommt natürlich aufgrund der, ähm, ja, Historie, Netz, so die Aufmerksamkeit, ist ja auch irgendwie, ist ja auch irgendwie klar, beide in der zweiten Liga, Fürth war sehr, sehr lange überhaupt nicht anwesend, ne, also, nicht einmal zweite Liga und so, also da haben wir ja auch schon jedes Mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass da, ja, irgendwann auch der FC Bayern dann mehr zum, zum, äh, neuen Rivalen, nicht neuen Rivalen, aber halt zum, zum Hauptrivalen wurde, als der Klub dann auch noch, regelmäßiger in der, in der Bundesliga vertreten war und, ja, das hat sich jetzt die letzten Jahre gewandelt, ähm, es ist schon, also, dass das für uns was Besonderes ist, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, und, ja, ich bin gespannt, wie es die Spieler annehmen und, ja, jetzt haben wir wieder die zwei Seiten, ne, du bist ein wenig pessimistischer als ich, was ja auch nicht, äh, oft vorkommt, dass wir beide da ein bisschen oppositionell gegenüberstehen. Ja, ähm, ich habe halt tatsächlich die Hoffnung, dass, äh, mit auch der angekündigten Choreo, dass es, äh, so ein bisschen, das heißt, so ein bisschen, dass der Funke, der Choreo, der Fan, so richtig krass überschwappt und dass so eine richtig geile, hitzige Stimmung ist, dass es so ein richtig geiler Fight wird. Natürlich mit einem glücklicheren Ende für uns, aber das wäre mal wieder so richtig geil, dass es nicht so ein Abtasten ist, sondern von Anfang an, ähm, Derby Time, das wäre geil. Ja, es ist halt, also, so ging es mir, zumindest beim letzten Mal, als diese, äh, größer als ihr, größer als alles Choreo da war, wo es, äh, wo die Stimmung auch von, von, von dem Zeitpunkt, als wir ankamen, ja schon so, äh, gut war irgendwie, ne, und da war halt irgendwie alles gepasst an dem Tag und dann gewinnst du das Ding halt auch noch 2 zu 0 und die kämpferische Leistung hat gepasst und, ja, also, ich bin auf den Mocking-Tag eigentlich mega gespannt, weil es gibt ja mehrere Aspekte, die, auf die man gespannt sein kann bei so einem Spiel, siehe, die angesprochene Choreo, natürlich auch, was die Gäste sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten überlegt haben und, ja, es ist halt einfach ein Derby-Fuck nochmal, ne, also es ist, es ist natürlich was Besonderes und, äh, fuck nochmal, fuck nochmal, verdammt nochmal, da, ja, was, was soll man da, was soll man da noch groß sagen? Ähm, was ich noch, äh, sagen möchte, ist, ähm, zwecks, Treffen vorm Spiel könnte schwierig werden, ähm, zumindest Sascha, du wirst mit einem Kumpel von uns an der Max-Morlock-Stadio sein, weil der hat meine Dauerkarte, weil ich gehe nämlich mit meiner Mom, äh, auf die Haupttribüne, weil, ja, why not? Also wir wissen, seine letzten Spielen ist der Mikkel VIP? Ja, richtig, nein, äh, dieses Mal tatsächlich nicht, sondern dieses Mal, nehme ich meine Mutter mit ins Stadion, ähm, die ja auch sehr großer Club-Fan ist und die, äh, würde ich tatsächlich auch nicht mit in den Stehplatz nehmen, also, dass man sie, dass man seine Mutter nicht mit in den Stehplatz nehmen könnte, aber es ist natürlich komfortabler, ähm, zu sitzen und dann auch das Spiel gut sehen zu können und deswegen Haupttribüne. ähm, ich werde natürlich versuchen, ein paar schöne Eindrücke mitzubringen und, wie sieht dann das Programm für uns aus? Wir müssen dann quasi Samstag ein Fazit machen? Das ist, äh, das ist eine richtig gute, gute Frage. Ja, ne? Ähm, wenn ich jetzt nochmal nach dem Spiel, wird es ein bisschen eng? Du könntest, wenn du Lust hast, je nachdem, was du vorhast, ja, 11 Uhr Herr Spruck sein. Da hat nämlich der J. ein Fußballspiel, dann könnten wir im Hintergrund, äh, ein Spiel laufen lassen und nehmen unser Fazit auf. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Groundhopping. Ich bin quasi am Samstagfrüh um 9 Uhr schon wieder, äh, äh, in Vorbereitung auf Kirchweih nächste Woche. Ah. Ja, ja, weil da, da müssen auch noch ein paar... Dann müssen wir schauen, wie wir es machen, weil um, ich muss nach dem Spiel fahren wir gleich weiter auf Familienfeier. Ja. Das siehst du mal. Ja, irgendwie werden wir es schon zustande bekommen. Das hängt natürlich auch ein bisschen vom Ausgang ab. Wenn es jetzt, äh, tatsächlich, äh, in irgendeiner Art und Form schief gehen sollte, dann können wir auch bis Sonntag warten. Dann ist nicht so schlimm. Aber, ja, irgendwie, irgendwie kriegen wir es schon zusammen. Oder ich sage einfach nur kurz was dazu und, äh, wir... Na, da möchte ich schon auch meinen Senf dazu abgeben, wenn ich stinkert bin. Wenn du stinkert bist, ja. Weil meistens ist es ja so, dass wenn man, wenn es gut läuft, hat man meistens nicht so viel zu sagen, ne? Dementsprechend, ja, irgendwie, irgendwie kriegen wir es schon hin. Ja, völlig. Ja, ich denke, ja, im Großen und Ganzen, wir müssen ja nicht mehr groß aufdröseln, was das Spiel für uns bedeutet. Ich meine, das haben wir ja auch schon in gewisser Art und Form getan heute. Dann Klaus im Tor, Marquez wahrscheinlich wieder da. Wer aufläuft, ist grundsätzlich auch wurscht, weil die müssen es halt einfach richten. Ähm, es sind ja so gut wie alle fit. Ich denke mal, nicht, dass sowas wie Mats Melladehli von Anfang an spielen wird, weil, ja, der war jetzt lange genug raus. Der ist dann halt eine Option auf der Bank vielleicht oder so. Und, ja, die Aussage von Fjell, dann bleibt uns eigentlich, glaube ich, oder hast du noch irgendwas? Gibt's noch irgendwas? Einen Tipp könntest du raushauen. Boah, ich hab doch schon immer und immer immer und immer immer und immer wieder betont, dass man Derby eigentlich nicht tippen kann. Aber du bist optimistisch also? Ja, ich bin optimistisch, was aber nicht heißt, dass, äh, dass, äh, ich deswegen ein Derby tippen kann. Ähm, boah. Die Sache ist, das Einzige, was mich ein bisschen, äh, pessimistisch stimmt, das ist halt die Chancenverwertung beziehungsweise, ja, das Tore schießen im Allgemeinen, was uns ja immer noch ein bisschen, äh, schwerfällt. Ich bin jetzt einfach mal so krass optimistisch und sage 3-1 für den Klub. Uh! Ja. Äh, ich sag, 1 zu 2. Oh, echt jetzt? Ja. Okay, Wegen der Chancenverwertung. Er ist halt wenigstens 1-1 getippt oder so, aber okay. Also, ihr habt's hier gehört, ich sag 3-1 Klub, Sascha sagt 1 zu 2 für die, äh, Westvorstadt. Okay, ähm, ja, dann schreibt uns am besten eure Meinung, eure Tipps, alles Mögliche noch in die Kommentare, soweit ihr noch Zeit und Lust habt. Ähm, ja, ich denke, der Podcast wird heute auf jeden Fall noch online gehen und, ähm, dann wünschen wir euch ein tolles, äh, 271. das Franken-Derby. Einzige Sache, die wir noch nicht erwähnt hatten, ist, äh, wie heißt der, Kanja? Der, äh, der aus der U23. Ja, da ja spekuliert wird, dass er vielleicht sogar von Beginn an spielen könnte, weil er sich ja, äh, wahnsinnig gut präsentiert hat, auch was das, ähm, Testspiel gegen Heidenheim anging. Weiß ich nicht, ob er da ist. Ich fände es klasse, wenn er ihn einfach reinschmeißen würde, einfach so halt so sagen, hey, hier, äh, mach, ne? Werde ein Derby hält. Ja, so aller, wenn er denn ein Tor macht, aber halt so, so aller, aller Franz Beckenbauer, geh raus und spiel Fußball. Geh, geht's raus und spiel Fußball. Also das wäre schon eine krasse Geschichte. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass er im Kader ist, ob er gleich in der Startelf steht. I don't know. Aber, ja, das wäre so das Einzige noch. Wie gesagt, schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind gespannt, wünschen euch ein wunderschönes Derby. Vielleicht läuft man ja dem einen oder anderen oder der einen oder anderen morgen mal über den Weg, weil wir sind ja schon relativ zeitig da, also könnte das durchaus passieren. Und, ja, wir sehen und hören uns dann, denke mal, im Laufe des Wochenendes. Richtig. Viel Spaß. Bis dahin. Ade. Bis dahin. Ciao, ciao. .